Meine Wälder ziehen aus und dann ist das Jan-Konzert. Viele werden es nicht verstehen. Das Oberteil Savage-Fan. Noch zu Hause? Ja. Wann los? In drei Minuten, du? Ja, ich bin gleich da. Schick mir da einen Standort, ich beeil mich. Wir sehen uns beim Konzert. Eine Stunde später. Grüß, Freunde, was geht und herzlich willkommen in Wien. Und herzlich willkommen auf dem Luciano-Konzert. Wie sehr hast du dich gefreut über diese Überraschung? Sag du es den Leuten. Wend mal diese Szene einmal ein. Luciano-Konzert? Lauer nicht! Juge! Du bist der Kranke! Jaaaa! Luciano, ich komme! Das ist die Vorgeschichte und jetzt sind wir hier. Gasometer Wien. Wir sind hype. Ein Bier ist schon, eine Limonade ist schon drin. Und weitere Folgen. Viel Spaß dabei. Ich bin der glücklichste Mensch des Tages. Vertraut mir. Ich weiß nicht, ob ihr als Zuschauer das jetzt raffen wird, was hier heute Abend gehen wird. Mein Vater ist hier. Zweiter Vater. 50 Cent und dann Luciano. Also du bist der Kind von Luciano. Müssen wir nicht näher drauf eingehen. Wir gehen jetzt rein. Natürlich. Du kommst zu mir. Auf jeden Fall gar nicht so krank viele Leute. Aber ich muss sagen, es ist sehr schön. Weil dann... Es ist ein bisschen privat. Auf jeden Fall, Konzert geht gleich los. Cheers! Also bis jetzt sehr dunkel. Alle Leute warten. Es sind auch noch sehr viele Leute draußen. Somit wird es auch noch dauern. Ein dickster Kuss geht an euch alle raus. Und jetzt genießt diese Show. Luciano's Konzert geht eh bald los. Man sieht dich gar nicht. Aber dich sieht man... Nein, dich sieht man auch nicht. Bei mir sieht man echt nur Zähne, Digga. Er sieht aus eins zu eins wie Bowser. Aber Bowser ist Downgrade, er ist Upgrade. Ja, Mann. Sehr schön. Was geht bei dir? Wie heißt du? Saddam. Freut mich, Bro. Wie heißt du? Randy. Ich und Randy kennt das schon länger. Ja. Er hat damals mir Mathe-Nachhilfe gegeben. Ah. Hat meiner Oma über die Straße geholfen. Ah. Er hat mir mal seinen weißen Ferrari ausgeliehen. Ah. Weil ich ein Date mal hatte. Und er hat drei Kinder. Aha. Er hat zwei. Aha. Ich schwöre, da steht Luciano. Sie ist so drin. Ja, aber wirklich. Der sieht eins, eins aus mir. Ich lasse uns auch die Szenen da ein bisschen länger laufen. Bleibt da einfach dran. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Es wird sehr sehr lustig. Ja! 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 Ich schicke mich auf den Barsch. Komm, ich schreibe mich auf den Blatt. Ich stecke mich auf den Weg. Da sind viele Gutes im Klass. Ich war S-Glas, ich war zwar früh, kass' der Stadt Rulag. Ich bleib immer noch block, 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 ich schreib bis auf ein Blatt. Das kommt jeder. Wir haben Dens Luka. Wir haben Dens Luka. Wir haben Dens Luka. Ich schief bis auf den Blatt. Ich schreib nur Gott. Beg von Gott, du gehst dich Start in der Läppertrug. Meine Watt von Gott, trotzdem ein Ding. Ich glaube es auch block. Rom Day, dein negle Freund. Boss hier, ich mache ein motel mit den Movies. Wir haben Dens Luka. Wir haben Dens Luka. Ihr habt Fla. Ihr habt Fla. Ihr habt Fla. Das ist geisteskrankt, bis jetzt schon drei Songs. Wenn ich sag Lucio, sag dir Loco! Lucio! Loco! Lucio! Loco! Lucio! Loco! Wollt ihr so? Oh, oh 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 oh! Kommt das schön! BigBuddy Girl! Oh, oh oh oh! Kommt das schön! BigBuddy Girl! Oho oh oh oh! Grrrr, grrrr! 10! Bis jetzt 10 von 10! BigBuddy Girl! BigBuddy Girl! Wollt ihr nicht? Lucio! Loco! Wannik? Loco! Loco! Das, was ich auch gerade gesehen habe, derjenige, der hier Flaschen bürst, das trifft keinen anderen Kopf. Pass doch auf, wir machen zusammen Party, wir haben Spaß zusammen, aber wir verletzten uns nicht gegenseitig. Wir machen andere Sachen. Pass bitte auf jeden anderen auf. Ich warte auf mehr. Alle Handylichter, alle Handylichter bitte hoch. Lass uns zeigen, was Wien drauf hat. Ich stehe leider sehr weit hin, deswegen sind nicht viele Lichter hinter mir. Bruder, wie viele Handys, keine Handys. Jetzt wird es emotional, emotional. Es ist gerade Guabgang gelaufen, ich habe nicht gefilmt, sorry Leute. Bisschen lass in Lapp, Saun in Untergang, Fokus, Fäschig, Guck, Fokus, Guck, kein Traum, ich mach. Hol mein Akku, flieg ganz fair, hol mein Akku, flieg ganz fair. Yeah, yeah, yeah. Zuerlich, BEEP, macht mal einmal Lärm für euch selber heute. Yeah! Der Son war 10 vor 10. 10 vor 10. Lärm für euch selbst! S-U-B, S-U-B, S-U-B! Jetzt musst du euch heilen, S-U-B! Der letzte Turscht sip für dieses Jahr auf der Majestic Tour. Wir sind durch viele Städte, durch ganz Deutschland gereist. Es ist kranker als du gedacht bist. Hier? Hier. Hier! Hier! Komm auf die Reise in die Rump. Fum Gott weg bist du und lang mit dem Rump. Weißt du, was jetzt kommt? Fisciano! Einziger Sound, der wir nicht feiern von Luciano. Wie, habt ihr noch Energie, oder? Ich will jetzt Ali Bamba hören, was ist los? Bamba! Shake ja Bamba! Rally, nigga! Rally! Und sie fliegt, wie ein Schiff. Dann hat er mein Bett mit nur bloß auf die Stirn und ich fühl, wie sie bergen wird. Enough ist enough! Enough ist enough! Wo sind die beautiful girls heute Abend? Hey! Jungs, Jungs! Guter Son, aber, Junge, wo bleibt Bamba? Bamba! Shake ja Bamba! Bamba! Zwei-dausend Jahre später. Ja! 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 Wir sprechen jetzt auf der München! Die Dame ありanten verfügen. Jordan! Und auch! Das war eine Zugabe! Ich sehe es! Ich habe gar nicht was geheult wie. Ich weiß auch nicht genau was. Irgendwas habe ich gehört von euch. Junge, 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 Junge! Die Zugabe könnt ihr sehen, wenn ihr selber aufs Konzert kommt. Wir sehen uns gleich draußen. Auf jeden Fall eine Zugabe für Hadid. Meine Damen und Herren, das war's. Das war die Überraschung an Randy G. Ich hoffe, das freut mich. Kuss geht raus an Lukas. Kuss geht raus an die beste Managerin der Welt, Lara G. Kuss geht raus an Luciano, Kuss geht raus an Wien. Starke Atmosphäre. Bamba! 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 Ich brauche unbedingt ein Foto! Sie war ganz vorn. Ich muss abmoderieren, ich muss es sagen. Sag mal, liken, kommentieren, abonnieren. Liken, kommentieren, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Luxemburg. Kuss geht raus. Wie war das Konzert? Es war crazy. Kuss geht raus, danke Leute.